Mali, Lübeck, hier. Wow! Die Kinder müssen zur Schule. Entdeckt hier ein Kongleipatet. Von den Schülern. Wenn Don Sao, Timuang, Lübeck, zu an Mali. Bitte ist und banzig wird. Wir in Babylon. Mali 2011 im Juni. Babylon des Nords. Hier einmal rechts rum. Yo! Dann fahren wir hier rein. Babylon. Klaus-Saint-Bohr. Hier müssen wir einmal durch. Einbahnstraße. Mali. Kutau, Songkorn, Döntang. Blockbauweise, wie immer. Hat sich noch nichts verbessert? Ich fass es nicht. Friedhof-Nansen-Straße. Hier wollen wir mal durch. Mali 2011 im Juni. Buss. Klaus-Saint-Bohr. 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 Es ist noch frühmorgens, nur die kleinen Kindlein mussten zur Arbeit oder zur Schule. Die Restlichen schlafen noch. Wer die Hilfe kriegt vom Amt, der braucht noch nicht raus. Hier in der Schule. Ben Honghian, Dekian Songkon, Pomsidang Döntang. Da, das ist die Wohnadend in Mali. Jetzt bin ich Albert Schweizer Straße. Das war ja ein ganz schlauer Forscher. Einer von den ganz guten. Ob er sich das auch wünscht, dass man seinen Namen so missbraucht. Hat Albert Schweizer nicht an irgendwelchen Bakterien geforscht? Pesten und sowas? Ich glaube ja. Gut, das wäre es aus Mali. Das ist echt genug jetzt. Das schockt uns. Die Stadtplaner haben sich hier etwas einfallen lassen. Es ist nicht mehr zum Ausfall. Die Menschen können nichts dafür. Aber die Stadtplanen. Ja. Die Stadtplaner haben sich hier vor. Die Stadtplaner sind am besten. Die Stadtplaner sind die Stadtplaner. Die Stadtplaner sind vor Ort, der in der Hilfe nachdemokraten ist. Sie sind kohlen, aber die Stadtplaner sind hier ja. Das war die Stadtplaner. War der zum Ausfall. Vielleicht, wieder zu Hause.